Beim Volleyballteam des MASH Pfaffigen ist nichts mehr so wie letzte Saison. Heute hat der Verein rund um Präsident Werner Schmid Neuerungen im Klub vorgestellt. Nach dem vierten Platz in der vergangenen Meisterschaft wollen die Volleyballerinnen in der neuen Saison unter die besten drei Mannschaften der Schweiz kommen. Um das Saisonziel zu erreichen, hat das MASH fünf neue Spielerinnen verpflichtet, darunter die 25-jährige Brasilianerin Barbara Duarte. Die 1,85-grosse Aussenspielerin wechselt von Bordeaux auf Ais. Das Level hier ist höher. Es kämpfen mehrere Teams um den ersten Platz. Für mich ist es der richtige Schritt. Ich kann mich hier weiter verbessern und ich hoffe, dass ich auch dem Team helfen kann.